Leine ab und leben, der Podcast für alle Hundefreunde, für ein besseres Zusammenleben mit deinem Hund. Präsentiert von Angelika Pint und Leine ab und leben.ch. Musik von Marc Protze. Herzlich Willkommen bei Double L Podcast. Mein Name Angelika Pint. MDR 1 Defekt. Vielleicht schon davon gehört. Vielleicht hat dein Hund diesen Gendefekt oder du weisst es nicht und möchtest feststellen lassen, ob bei deinem Hund dieser Defekt besteht. Was ist der MDR 1 Defekt? Es handelt sich hier um einen Gendefekt bei bestimmten Hunderassen. Die Abkürzung MDR steht für Multiple Drug Resistance, was bedeutet, dass der Hund im Gegensatz zu gesunden Hunden nicht die Möglichkeit hat, das Multiple Drug Resistance Protein 1 zu bilden, welches dafür sorgt, dass körperfremde Stoffe wie Arzneimittel aus dem Körper heraus transportiert wird. Dieses Gen sorgt dafür, dass toxische Arzneistoffe die sogenannte Blut-Hirn-Schranke nicht durchbrechen können. Also ein Fremdstoff, welcher im Blut zirkuliert und diese Schranke durchbrechen möchte, wird erkannt und wieder zurücktransportiert, sodass er nicht in das Nervengewebe eindringen kann. Bei Hunden mit dem MDR 1 Gendefekt können die Arzneimittel die Blut-Hirn-Schranke ungehindert passieren. Bedeutet, eine bis zu 100-fach höhere Konzentration wird erreicht und verursacht eine grosse gesundheitliche Schädigung. Welche Hunderassen sind nach bisherigem Forschungsstand vom MDR 1 Defekt betroffen? Es wird angenommen, dass der MDR 1 Defekt auf einen Hund zurückgeht, der zu grossen Teilen an der Entstehung des Collis beteiligt war. Bevor man das verantwortliche Gen entdeckt hatte, sprach man von der Ivermectin-Überempfindlichkeit des Collis. Ivermectin ist eine in der Tiermedizin häufig eingesetzte Wirkstoff zur Entwurmung. In einem anderen Podcast mit dem Thema «Versteckte Gefahren für den Hund» habe ich über die Gefahr der Pferdeäpfel berichtet, welche diesen Wirkstoff beinhalten, wenn das Pferd entwurmt wurde. Mittlerweile ist bekannt, dass auch noch andere Hunderassen davon betroffen sein können, wie zum Beispiel bei mehreren weissen Schäferhunden, Berger Blanc Suisse, Austrian Terrier, Austrian Kenobi, Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Greyhound, irischer Wolfshund und belgischer Schäferhund. Also insbesondere Hütehunde sind meist davon betroffen. Wenn du wissen möchtest, ob dein Hund davon betroffen ist, dann kannst du beim Tierarzt einen Gentest durchführen lassen, welches mit ein paar Tropfen Blut sehr einfach zu überprüfen ist. Hast du deinen Hund von einem Züchter gekauft, dann ist die Gefahr eher gering, wenn beide Elternteile frei von diesem Defekt sind, also das Gen ein Plus-Plus beinhaltet. Entsteht aber eine Verpaarung der Genotyp Plus-Minus oder sogar Minus-Minus, dann ist die Wahrscheinlichkeit 25 bis 100 Prozent, dass bei deinem Hund MDR1-Defekt besteht. Welche Medikamente sind für diese Hunde gefährlich? Es gibt doch eine recht hohe Anzahl von gefährlichen, lebensbedrohlichen Arzneimitteln, allen voran das Ivermectin, welches zum Entwurmen der Pferde eingesetzt wird. Dein Tierarzt wird dir sicher sehr gerne eine Liste der Medikamente, welche gefährlich sind, abgeben. Sollte dein Hund betroffen sein, dann brauchst du nicht in Panik auszubrechen. Betroffene Hunde können ein weitestgehend normales Hundeleben führen, wenn man sich an wenige Regeln hält. Wenn du sicherheitshalber bei deinem Tierarzt für jede Medikamentengabe dies ansprichst, dann wird er dies sicher in der Akte deines Hundes vermerken. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast neue interessante Informationen mit auf den Weg geben. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Ich sage bis auf ein weiteres Tschüss! Werte Premium-Mitglied und du erhältst exklusive Videos, Workshops, Tutorials und Wissenswertes. Infos direkt auf www.leineabundleben.ch